Alex und Leo, ihr habt, ne? Wie schaut's denn aus? Vielleicht erstmal das normale Sechser ohne Plus. Alex, wie schaut's aus? Wie findest du's? Das ist lustig. Also, das sind ja wirklich echt ganz frische Eindrücke. Also, diese 24 Stunden, die ich mit den beiden Geräten jetzt hatte, haben sich ja nochmal aufgeteilt dadurch. Und das Sechser, das Normale, fühlt sich so ein bisschen an wie das Alte. Also, mein Ersteindruck war irgendwie so dünner. Es fühlt sich durch diese Dünne auch irgendwie leichter an, obwohl ich weiß, dass es nicht leichter ist. Also, es fühlt sich mindestens gleich schwer an. Und ich hab, also, diese minimale Bildschirmvergrößerung, die spür ich irgendwie nicht. Also, es fühlt sich total gut an. Es ist so ein neues iPhone, aber irgendwie, es ist noch die gleiche Gerätekategorie irgendwie. Es ist so irgendwie so, du hast einen Fünfer gehabt oder einen 5S und jetzt auf das Sechser kann man sich total nett dran gewöhnen, finde ich. Es ist eine sehr schöne Größe. Und diese abgerundeten Sachen, also dieser Rückschritt eigentlich zu der klassischen ersten Generation, diese runden Ecken sind toll. Und das Display ist nochmal extrem besser geworden. Also, es ist so, wenn ihr euch die Augen verderben wollt, dann schaut auf einen Sechser oder einen 6 Plus und dann zurück zum alten Gerät. Das ist nicht leicht. Also, ich finde, der Unterschied ist deutlich sichtbar. Und das Sechser ist wirklich, also, wir sprechen viele, wir werden jetzt auf viele Hosentaschen wahrscheinlich sprechen, aber, also, es macht keinen Unterschied in meiner Benutzung. So, es ist so, auch durch diese abgerundeten Ecken, dann habt ihr irgendwie wieder so ein, kannst du in der Hand flippen, ne, und das ist ganz, ganz einfach. So, das war nicht so gut. Ich habe es auch nochmal speziell nachgefragt und sagen natürlich nicht irgendwie, ja, es ist bessere Erkennung oder solche Geschichten. Sie sagen aber, klar, es ist eine zweite Generation. Und das, so, ich interprete das so, dass es dann auch in diesen Punkten einfach besser geworden ist. Und so ist auch mein Empfinden nach den ersten Stunden, also, das Entsperren ist, es ist nochmal irgendwie flüssiger, also, auch schwer zu quantifizieren, aber es irgendwie funktioniert einfach sehr, sehr gut. Man muss sich so ein bisschen, ein Muskelgefühl muss sich umstellen, wenn man ein langjähriger iPhone-Kunde ist, an diesen seitlichen, an diesen seitlichen Standby-Tasten. Ich habe erstmal versucht, Screenshots zu machen, ne? Ja, ne, Screenshots ist zum Beispiel schwer, also, weil du bei der alten Methode hast es ja irgendwie so zwischen deiner Hand klemmen können. Und jetzt musst du es eigentlich in beide Hände nehmen, um die Tasten gleichzeitig reindrücken zu können. Und, aber die sind klickiger geworden und das ist sehr nett, also, ich meine, es hat ja nur wenige Tasten, aber wenn, also, diese wenigen Tasten müssen halt auch echt gut sein und die sind jetzt echt nochmal besser geworden, würde ich sagen. Leo, hast du dir einen Sechser auch mal angeschaut? Nee, Sechs hatte ich jetzt noch nicht in den Fingern. Also, ich finde halt, es ist wirklich, was Alex auch sagt, es ist sehr nah dran an der Größe vom Fünfer und auch jetzt an der Leistung wirst du wahrscheinlich erstmal so wenig merken, vielleicht an der Kamera ein bisschen was. Aber es ist, und also jetzt auf das 5S muss man jetzt auch nicht eben oft warten. Also, man merkt zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Hyperlapse exportiert oder sowas, das dauert einen Moment, bis da irgendwie das Video gerechnet ist, das wohl. Aber ansonsten ist ja jetzt das 5S nicht irgendwie großartig beschränkt durch besondere Trägheit, nicht? Also, das ist ja alles in Ordnung, würde ich sagen. Naja, ich meine, das Ding, wenn du das neu einrichtest, das Gerät kommt dir nochmal immer schneller vor. Also, ich glaube auch nicht, dass du es bei den Systemsteuerungen, wenn du dich da ruhig fühlst, wirklich merkst, aber es kommt dir zumindest so vor. Was wirklich nett ist, ist dieser direkte Übergang zwischen abgerundeter Kante, unterscheiden sich die Geräte ja nicht, und dem Glas-Display. Weil du ja, was hattest du ja zu iPhone-OS-Zeiten nicht, dass du diese Wischgesten hattest, von links in den Bildschirmen, von rechts in den Bildschirmen. Und ich finde, das Display und so die Rundung unterstützt das jetzt total gut. Also, wenn du halt einfach durch Webseiten vor- und zurückblätterst, dann ist das jetzt, du bleibst halt jetzt nicht an dieser Kante hängen. Du hast halt diese iPhone-Kante nicht mehr. Die hat auch was, ich fand die sehr markant und nett bei den alten Geräten, aber das ist jetzt nochmal irgendwie so was Altes.